Die Corona-Krise hat die ganze Lebensmittelbranche fest im Griff. Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Wir haben Gesprächsbedarf. Mich interessiert, wie unsere Gesprächspartner die aktuelle Situation einschätzen. Vor allem aber interessiere ich mich dafür, wie sie die Zukunftschancen bewerten, die sich aus der aktuellen Situation ergeben. Wir wollen mit euch diskutieren, mit Experten aus Handel, Industrie und Konsumentenforschung. Live, jeden Donnerstag, 16 Uhr.